Herzlich Willkommen und ein fröhliches Mohoi hier zu euch bei Octopath Traveler im Obsidian Abweseln anwesend. Mein Gott, ich war ein Stück 40. Wir haben noch eine Menge zu erinnern. Wir machen gleich mal hier ab. Die Gegner deuten wir mittlerweile schon kennen. Ich bin bereit. Ich habe das Sacred Flame scheinbar. Oh, sorry. Wollte ich nicht, glaube ich. » kalk Simfografie«! » »« Erwer grass ist jetztstramwell. » » » » » » Das war gar nicht so weit. Die necessarily Ringe sind drin. » » » Oh nein ! » » » » Oh nein. Aus meinem Weg! Hier ist der Speicher, da geht es wahrscheinlich weiter an. Deswegen gehen wir unten lang. Das bestimmt nicht. Nimm das so wie ein Herr. Lass uns das machen! Warte! Interessant. Oh nein. Lass die Heilige Blume rüber. Du bist auch ein Mann. Du bist auch ein Mann. Was ist der logische Kurs der Aktion? Du bist ein Mann. Ich bin bereit. Die Show ist vorbei. 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 Ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nicht mehr kämpfen. Lass mich gehen. Ich will nicht mehr... 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 das ist mein stellvertreter ein bisschen schwer vom begriff aber letzten endes kapitel ist doch dieses dorf war schon lange von geoffrey hassen hat's ende nur noch eine leere jeder der auch nur anleeren bei verstand war wusste dass die obsidianen verborgen die fede ich habe mein pferd lediglich auf das siegerpferd gesetzt eine einfache geschäftsentscheidung lebebebebe eselhard bis zum tag eines todes schwang euer vater große reden für frieden und ordnung er sprach von seinem viel gepriesenen glauben und wie er die stadt damit vor jeder gefahr schützen wollte in the end he couldn't save himself and now a field of headstones is all that remains who wants to show you with the faith of a fool was das zeigt mir was der gläuwein ist nach dem ist ja ja du traiteres bastard ja leider schon misskerl lord jeffrey was a thousand times the man you are you'll sully his name no longer Fürs Jeffenrod tausendmal mehr als Mann, als ihr seid. Ihr werdet seinen Namen nicht länger beschmutzen. Master Forsythe, genug. Master Forsythe, es reicht. Aber Frau Primmroth. Aber Frau Primmroth. Die Zeit ist reden. Es ist vorbei. Dieser Mann, ist dieser Mann. Sofern man ihn überhaupt als solch bezeichnen kann, sollte kein Augenblick länger leben. In euren Augen ist ein Feuer zu sehen, Mädchen. Ja, es erinnert mich an das Feuer in den Augen des Vaters, bevor er erhebt. Es erinnert mich an das Feuer in den Augen des Vaters, bevor er erhebt. Ich bin Albus, stolzer Behrer der Marken der Krone. Ich bin Albus, stolzer Träger des Zeichens der Krone. Komm nur, Primmrose Hazelheart. Ich werde dafür sorgen, dass euer dasselbe Schicksal halten, euren Blütenvater. Warum muss man eigentlich immer 10, 15 Minuten Texte vorlesen? Puh. Auf meinen Namen schieben. Immer erst Tschüss sagen und dann erzählen sie was. Dann sagen sie Tschüss, ja ich gehe, dann erzählen sie wieder was. Dann sagen sie noch mal Tschüss und erzählen sie wieder weiter. Okay. Wir rufen uns erstmal einen Zuschauer an. Ah, ein Kratzvon. Der hat, äh, stimmt. Eine Alerkey gegen... Jetzt. Mein Turn jetzt! Ey, ich will jetzt mal die Schicksal rauskriegen. Woh! Da muss ja auch ein Kratzer sein, was ich mag. Äh, durch den Nagel. Uuuh! Hatt ich den Deutsch schon? Nein. Schwer zu haben. Hier geht's! Gah! Out of my way. Okay. Das hatte ich nicht erwartet. Ähm. Er greift ja relativ spät. Okay. Ich bin bereit. Oh, der tut wenig. Das wundert mich. Ich mach erstmal an. Gefällt mir? Vollständig erholt. Waaat? Ich hab' einen tollen Schöchel. Wenn ich mach' mich. Das hat mich. Äh. Kannst dich mal entscheiden? Was du eigentlich... Also, guck' ich dir Steak, dein... T4! Das ist aッter parallel! Also, P2-T4-T4-T4-T4-T4-T4-T5-T5-T5-T4-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T7-T7-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T5-T9. Es ist nicht Blitz, es ist Feuer oder Salz, oder es ist Licht. Es kann auch Licht sein. Wir spielen. Was ist deinem Sinn? Wir spielen. Oh, wie viel. Alles klar. Was hältst du von Licht? Es ist tatsächlich Licht. Ich habe vergessen, die hier noch einmal anzugreifen. Gut, dann machen wir extra Schaden. Weiter. Hier geht's. Schön. Dies super voll. Wir hätten. Äh, da können wir auch nichts mehr Gutes tun. Wir können noch ein paar WP spenden. Aber Armin, das heißt es. Und der hat mich noch stärke buch. Ich bin bereit. Oh. Kommen wir uns an. Ich bin mit der Tür von dort. Toll. Jetzt haben wir nur noch mehr Spades. Kannst du mir nicht einmal geräuschend? Gute Sachen verbringen? Ich bin mit der Tür. Ich bin mit der Tür. Gute Sachen verbringen. Ich bin mit der Tür. Hier geht's! Für dich! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich werde ihn zweimal auslösen. Zweimal auslösen. Vorne. Ah, es ist noch ein bisschen vorne. Ich hab ihn beschwert. Wird er doch mit mich erhören. Ja. Okay. Okay, cool. Cyrus hat leider nichts mit dem man jetzt doppelt andreifen kann. Angst. Ich bin für Achtung. Ich bin für Achtung. Ich bin für Achtung. Ich sehe, wie es rein ist. Extra Schaden anbieten. Ich muss irgendwas machen. Ähm. Ich bin für Achtung. Ach, ich bin für Achtung. Einiges Problem. Ich bin für Achtung. Ich bin für Achtung. Ich bin für Achtung. Jetzt kann er sich nur ein bisschen eins aufmachen. Geht er mal? Ich bin für Achtung. Was zu tun? Ist auch jeder für Achtung. Wie selbst machen? Das ist ein Kerlig. So. Mit Prim jetzt auch dreimal. Zauber. EP mal 100 hat er nicht so gern gehabt. Naja gut. Korbvoll anregend. Auflaufen. Noch mehr. Das war leicht. Warum war das so leicht? Und jetzt ist nur noch einer übrig. Es gab keine Krieger in der Noblocourt mehr färster als er. Sie haben wunderschön, Frau Primrose. In ganz Edelhof gab es keinen gnadenloseren Krieger als ihn. Ihr habt ihn wunderbar bekämpft. Von dann, komm los. Ich hab das Gefühl, er ist böse. Ah, Primrose. Schön, euch hier zu treffen. Was führt euch an diesem schrecklichen Ort? Ah, aber natürlich. Was das betrifft. Nun. Es gibt etwas, was ich euch einfach sagen muss. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Simeon. Oh, Simeon. Oh, ich bin sorry. Ich habe gehört, dass ihr hier nach einem Freund ausschaut habt. Ach, es tut mir leid. Ich hatte gehört, dass ihr hier nach einem Freund ausschaut habt. Und wie heißt es doch so schön? Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Die Mark, das Zeichen. Der Krähe. Aber warum? Simeon. Simeon. Verzeiht mir, Fräulein Primrose, das etwas, was ich vergaß, zu erwähnen. Der Kopf der Obsidianen. Der Krähe am Rüsten. Und, oh ja, derjenige, der deinen lieben Vater töten hat. Das war ich. Nein. Das kann nicht sein. Bravo. Oh, bravo, Frau Prinrose. Bravo, Fräulein Primrose. Ich wusste, dass du es in dir hattest. Das war eine virtuose Performance, mein Lieber. Die Publikum gaspst. At long last she tracks down the villain, she's been hunting all these years. Only to find out, it is her one true love. Das Publikum ringt nach Luft. Am Ende findet sie den Schurken, den sie schon seit Jahren suchte, und muss erkennen, dass er ihre wahre Liebe ist. Sieh die Tränen, die sie weint, und das Blut, das sie vergießt, und bedauert sie. Oh, die Tragedie. Sie bewegt mich zu den Dämpfen meiner Seele. Ach, was für eine Tragödie, das bewegt meine Seele zutiefst. Boa Vigermain. Fare thee well, my poor, poor love. Das ist hart. Lady Primrose? Caroline Primrose? Wieso war er kurz weg? Und warum ist er jetzt wieder da? Lady Primrose? Caroline Primrose! Simeon? Äh, ja, was freut ihr? Wo gehst du hin? Zur Arbeit, wohin sonst? Die Hecken müssen getrimmt werden. Mein interessierter Garten. Möchtest du nicht bei mir bleiben? Ich verspüre tiefe Ruhe, wenn du bei mir bist. Möchtest du mir nicht eines deiner Gedichte vorlesen? Bitte? Wie ihr wünscht, meine Herren. Und lasst keinen Kummeln, euer hübsches Herz. Ich werde immer überwacht wachen. Boah. Oh, vielen Dank. Boah, ist das hart. Ich mag gar nicht mehr vorlesen. War das alles nur ein Traum? Nein, das war kein Traum. Was? Ach, dem Himmel sei Dank. Ihr seid endlich wieder wach. Liebling, Liebling, komm schnell. Oh, vor deinem Primrose. Ich hatte schon befürchtet, euch endgültig verloren zu haben. So ging es mir auch, meine Liebe. Wie sitzt ihr da? Ist das Bein davor? Oder, hä? Oh, aber der Himmel kann so barmherzig sein. So dann, Meister, vor sie... Ich... Vor sie... Ihr habt drei Tage und drei Nächte geschlafen. But... Ich... Ich verstehe. Dieser schreckliche Mann, dieser Syrion, ist nirgends zu finden. Was hat er nur vor? Wie konnte er sowas Furchtbares tun? Alles an ihm ist ein Geheimnis, wisst ihr. Aber ich konnte einige seiner Lacken zum Reden bewegen. Die sagen, er sei unterwegs zur Dauerfest in den Bergen südlich von hier. Was er dort zu schaffen hat, kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Farewell. Ich wünschte, ich könnte euch dorthin begleiten. Aber ich bin nicht mehr so jung wie einst. Meine Frau braucht mich. Seid vorsichtig, mein liebes Kind. Dann findet ihr vielleicht die Antworten, die ihr sucht. Thank you. Vielen Dank, Meister Vorsitz... Vorsitz... Das werde ich. Ich könnte... Da könnt ihr euch sicher sein. Darf ich wieder spielen? Muss ich noch mehr vorlesen? Darf ich wieder spielen? Kann ich mit dem Hund reden? Oh, das ist echt hart. Tja, ich werde auch ohne alles zu sagen einfach gegangen. Primrose lässt Edelhof einmal mehr hinter sich. Es ist nicht mehr ihre Heimat. Aber immerhin scheint das Ziel nun einen Schritt näher zu sein. Mit nur noch einem Mann gilt es abzurechnen. Doch seit sie seine Identität kennt, ist jeder ihre Schritte schwer wie Blei. Ihre Rache wartet im Hochland in dieser Stadt dauerfest auf sie. Ihre Reise geht weiter, wenn sie bereit ist, den Ausgang zu ertragen. Boah. Harter Tobak. Wirklich harter Tobak. Ich denke, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Folge aufnehme. Weiß ich nicht. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause tatsächlich. Oder wir fangen noch ein Kapitel 4 an. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen... Aber warum? Warum hat die denn so eine Arschkarte getogen? Wisst ihr was? Wir gehen noch einen Schritt weiter. 45, 45, 45. Und... Allbreak. Alles 45. Alles Stufe 45, 45. Wir gehen noch in eine Stadt. Hier, warum nicht hier? Große Mude. Wir gehen noch in eine Stadt. Und... Ich werde dann dort was machen. In der nächsten Folge gehen wir noch nach Großen Mude. Schauen uns dort ein bisschen um. Und... Ich brauche es mal eine Pause. Oh, einen Kaffee. Irgendwann brauche ich gerade. Bis gleich. Bis gleich.